Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von NBA 2K16. Es geht im dritten Spiel weiter gegen Milwaukee. Die Grizzlies erhöhen auf 2-1 gegen die Nuggets. Die Warriors liegen 1-2 hinten gegen die Sander. Und die Heat führen mit 2-1 gegen die Raptors. Ich hätte übrigens auch richtig, richtig fett Bock, gegen die Miami Heat zu spielen. Einige werden schon mal so rausgelesen und rausgehört haben. Die Heat sind auf jeden Fall ein großer, großer Favorit, Favorit, auf den Trades. Ich habe Bock mit Whiteside zu zocken, mit Wade, mit Dragic. Ja, mal schauen, mal schauen, wer im nächsten Jahr noch da ist. Aber jetzt versuchen wir natürlich sofort, das erste Auswärtsspiel zu stehlen. Und damit den großen Schritt Richtung Conference Finals zu machen. Und bis jetzt läuft es sowas von geschmeidig. Gehen wir rein. Und die Halle rastet komplett aus. Trinke ich nochmal einen Schluck Kaffee, bevor es richtig losgeht. Könnt euch auch noch was zu trinken holen. Genau. Geh! Also da sehen wir die Aufstellung von Milwaukee. Aber unsere Angst hält sich in Grenzen. Derrick Rose ist dabei. Butler, wir, Noah, Gasol. Ich weiß nicht, ich habe vergessen nachzusehen, was mit Rose los war oder ob er vielleicht immer noch angeschlagen ist, aber trotzdem weiterspielen möchte. Schauen wir einfach. Tip-off, der Ball gehört uns. Und Rose ist wieder fit. Und ich kriege leider den ersten L-U-Pass von Rose nicht. Da wollte der Maxi Famos starten und vergeigt es. Klagst, ne? Ich bin bei Mayo. Munro. Ja, der fällt. Im letzten Spiel 13 Rebounds. Eröffnen wir mit einem Dreier, oder? Oder nicht. Oder nicht. Das ist scheiße, wenn die da alle draußen so frei stehen. Klagsen gegen Rose. Ach, komm. Ey, ich habe einmal vier... Okay, kein geiler Start. Kein geiler Start. Ganz ruhig, Maxi. Ganz ruhig. Der geht nicht. Ja, faul. Alter, mein zweites Personal. Und ich kriege sofort die Auszeit. Alter, der Coach nimmt mich fürs komplette erste Fett runter. Ey, der Ander ist unterwegs. Und ich nagel den Dreier wieder daneben. Er leckt mich am Arsch. Was ist da denn los? Komm, Parker. Munro. Mach den nicht erst, der Rebound. Ganz ruhig. Jawohl, geht doch. Krass, ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal zwei Personals nach einer Minute hatte. Da ist der Coach gleich echt so hardcore und nimmt mich komplett runter. Gut, kann man auf jeden Fall sagen, wir sind erholt. Und der fällt, Mann. Gas geben, ich hab was aufzuholen. Und zwar das komplette erste Viertel. Sechs Punkte. Klachsen. Munro. Munro. Der fällt halt rotzfrech rein. Rose. Pass zu Allen. Der macht ihn. Erster Assist. So, jetzt langsam übernehmen wir das Spiel. Auch wenn ich da jetzt gerade eben gepennt hab. Parker mit dem Korberfolg. Butler. Butler. Okay, Dreier. Ich muss mich zusammenreißen. Wollen heute irgendwie nicht so. Fällt wieder. Gasol. Schöner Pass. Renn damit. Noch ist hier nichts gegessen. Rose. Der fällt. 25% Dreier. Malik. Aber, ich glaub, jetzt gibt's den nächsten. Dank. Und den gibt's auch. Zurück. Klachsen am Ball. Parker mit dem Screen. Mayo nimmt ihn. Macht ihn. Wahnsinn. Sechs Punkte. Wirkstand nach wie vor. ganz locker. Solange sie die Sau nicht zudecken. Wird's halt. Ja. Ein Korb nach dem anderen hageln. Ein Dank nach dem anderen. Klachsen. Ich hab ihn. Nein, der behält ihn. Und er macht ihn. Ey, das hasse ich. Wenn du ihn wegst, ziehst du ihn, der behält ihn trotzdem. Was willst du machen? Was willst du machen? Was willst du machen? Fällt. Rose. Auf der 1. Spielt ihn zu mir. Geht zurück zu Rose. Und steigt den Screen. Er nimmt den Screen. Schiebt ihn wieder zu mir. Warum? Warum springt Freak da so behindert mit beiden Beinen nach? Ich hasse diesen Sprung. Middleton. Monroe. Geht nicht. Schönes Ding von Rose. 41,45. Klachsen. Unserer. Passt zu Rose. Schieb ihn raus. Jawohl. Splash. Bomb. Wichtig. Dranbleiben. Mayo gegen Butler. Parker von Parker. Parker von Parker. Yes. Es. Unserer. Andere Richtung. Gejabert. Gejabert. Rose macht ihn nicht. Komm hinterher. Hinterher. Hab ich. Oh no. Look. Pass. Schön. 46,45. Der darf nicht gehen. Geht auch nicht. Also noch die Führung übernommen, bevor es in die Halbzeit geht. Sehr, sehr schön. Nein. 46,45. 17 Punkte. Ein Rebaut. Zwei Assists. Kann ich nicht aufhalten. Ja, Volgasol. Ganz starker Wurf. Klagsen. Klagsen. Meio. Meio. Hab ich. Rebounds. Passt zu Butler. Butler. Jawoll, Mann. Krass, dass Rose den Pass da echt noch raushaut. Den Kick-Out-Pass. Ich hab ungefähr fast Button-Smashing auf X gemacht. Und der Block, Mann. Dranbleiben, 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 dranbleiben. Rebounds hab ich. Passt zu Gasol. Der zu Rose. Der zu Butler. Ich krieg... Ich krieg ihn. Alter. Aber sowas von angejabert, Mann. Jawoll. Da übernimmt der Maxi. Jawoll, jawoll, jawoll. Ich kriege ein paar Teile. Ich kriege ein paar Teile. Gut. Spacing, Fellas. Spacing. 堆, die Informationen. Vorerst. Hi, Kevin. Jason Kidd war nur über dem Plan mit seinem Team. Also weiter. Carter Williams wird gedoppelt. Hanson. Der geht nicht. Er fällt halt gerade so, ne? Zu Hickson. Hickson zu mir. Und ich lege ihn ganz locker rein. Ja, jetzt übernehme ich komplett. 55-49. Carter Williams. Carter Williams. Und da kommt der Monsterblock. Alter, einmal bitte zum Genießen. Einmal zum Genießen. So, jetzt muss ich erstmal wie immer die Kamera umstellen. So, und jetzt kommt er. Let's Fetz! Bäm! Volleyball! Einfach Volleyball. Der geht nicht. Fastbreak! Fastbreak! Ich sag ja, ich übernehme hier komplett die Kontrolle. Der MVP ist in the building. Well, you know, he loves the chance to get out and run and we can see right there, why he does. And that last replay courtesy of Kia. A double in with freak. Okay, wieder zu meinem Mann. Ganz kurz versucht vielleicht, ihn wegzustilen. Ah, der geht's. 57-51. 58-50. 6 Punkte jetzt für Henson. Und das ist, warum es so wichtig ist, wirklich ein guter Screening-Team zu sein. Du kriegst viele öppene Beispiele aus. Let's take this chance to show you the list of the postseason scoring. Jabari Parker comes in for Henson. And Middleton... Pass to mir. Ich zu Noah. Yes! und wieder turnover step back angetäuscht zu livingston der faked in a way noah eingedreht livingston ich stehe inscreen stehe inscreen bitte danke bitte danke bitte danke geht nicht scheiße man komplett freigestanden 59 51 das ist gar nichts ganz ruhig kommen die bin herr hatte williams es ist so ein witz dass sie den spielzeug noch zu ende führen können einfach scheiße verteidigt ich krieg den anfall noah man habe ich gott sei danke miru titsch livingston jawohl 61 53 dankeschön livingston macht was draus livingston macht nichts draus sehr gut schönes ding 61 53 vergiss es ich lasse mich schabern und er fällt and one habe ich geht nicht rein der splitter da muss ich jetzt einfach da muss ich durch da muss ich durch ach scheiße natürlich fünf sekunden fuck das war jetzt mein fehler natürlich ey alter ey bämst der den wirklich rein ja jawoll rein damit klacksen Ah, fast der Stil Lass sie jetzt Ey Oh man, das wird eine enge Kiste Ne, ich komme hier nicht vorbei Ich stehe ein Screen Macht ihn nicht Zwei Freibürfe Hans mit dem dritten Personal Schaffe ich nicht 63, 62 Ich kotze im Strahl ey Ja man Was ein wichtiger Dreier Ein der Dreier, der war toteswichtig Ah, beinahe noch der Blocks Oder zumindest die Defense Um den Korberfolg zu verhindern Boah, ist das eng Boah, ist das eng Butler, mach ihn Ja man Ja man Alter, was ein Pass Larkson haut den Turnover vom anderen Stern raus Einwurf Gasol Und da kommt der Screen Und da kommt der Screen Ich krieg die nicht Alter, was macht man Ey, was macht Fried Ich wollt grad sagen Der Anna klebt euch mal am Arsch Nein Und Rebound Schönes Ding Zu Rose Ich kotze im Strahl Rose, warum? Ey, der Alli-Uber war ungefähr sowas von daneben Klacksen Komm schon Monroe Zwei Freibürfe Nummer 1 fällt Nummer 2 auch Naah, Mann, rein damit Splash it home Todesdreier Klacksen Ja geht's Rose Und rein damit Keiner kann uns bremsen Kleiner macht Du warst Meio Monroe Aufpassen, aufpassen, aufpassen Der fällt runter Ich hab ihn Rose Schiebt die Pelle rüber Schiebt die Pelle rüber Like Kobe, point Oh, what? Alter, wie wir aufdrehen Einfach nur Wampage Einfach nur Wampage Einfach nur Wampage Ich hab ihn Zu Butler Und der macht hier nicht Zwei Freibürfe Der erste fällt Der zweite fällt auch Neun Punkte Führung Neun Punkte Führung Klacksen Macht ihn nicht Ich hab ihn Und da kommt der Pass Und Noah macht ihn nicht Klacksen Meio komplett frei Macht ihn nicht Den hätte er machen müssen Wenn sie noch eine Chance Haben wollen Zu Rose Nochmal zu Rose Das war der Todesstoß Leg ich mich fest Zwölf Punkte Führung Das war der Todesstoß Ja 43 Punkte 8 Rebounds 3 Es ist 60% Von Downtown Hanson Ja ok Den kannst du nicht aufhalten 80-71 Sie probieren's nochmal Aber das Also ich sag Das wird nichts mehr Butler Was willst du tun Der EveryPizza Legt alles in jeden Rabauke And one Carter Williams Und er geht Aber das Ding ist Das Ding ist gegessen Nochmal zu Livingston Livingston verliert ihn Und die Ja da fällt Trotzdem Ganz ruhig Spiele in Livingston Kommt noch ein Erliup oder so Vergiss es Alles Ding ist durch Wir stehlen sofort Das erste Spiel Und damit steht es 3-0 In der Serie 83 zu 75 46 Punkte 19 von 24 8 Rebounds 3 Steals 3 Assists 2 Blocks Was willst du mehr Das nächste Mal Geht es dann in Game 4 Schon um die Wurst Entweder Sweep Oder 3-1 Wenn es sich gefallen hat Däumchen da Lass uns nächstes Mal Wieder reinschauen Bis dann IMAX